So was ist heute herzlich willkommen zu einer neuen Folge von best of five wir spielen heute mit dem Mr.DaniBoo AK 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 Ich bin nicht aggressiv Wir spielen auf der Map keine Ahnung was ich habe nichts gesehen Du das war jetzt echt gemein ja So uuuu Daniel schaut schlecht für dich aus uuuu er schaut wirklich schlecht für dich aus ganz schlecht ich habe ein steak ja fühle dich und du wenn du mich töten kannst ja dann 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 ja dann dann cheatest du weiter ohne spaß warum gerne ausgerechnet die Map Dani Du hast sie ausgerechnet uuuu das schaut ganz schlecht für dich aus ganz schlecht ja 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 meinst du ja ich habe im vergleich zu dir ein eisenschwert ok ich habe verloren sorry ja ja ok aber wo bist du jetzt wirklich dein Arsch da das war so schlecht und ich dachte trotzdem rüber jetzt ehrlich das war so schlecht ja echt Gummirland oh hi weißt du hast schon gedacht dass ich oben bin und ich bin wirklich oben Hilfe Noob Ich bin weg Wo bin ich Ich weiß ja nicht wo ich bin Mann Ich bin einfach Ah da bist du Ah da bist du Denkst du Nur weil ich jetzt in Barcelona war Ja Dass ich kein Skill Map besitze Ja ich hab jetzt wirklich kein Skill Map Fickham No Skill da Nächste Runde Zweite Runde ist am Start wir spielen auf der Map ich habe schon wieder vergessen Na da steht seh desert town Yeah Richtig krasse Map So Oh da ne schon schlecht für dich auch Du hast verloren Du hast keinen Skill Und ich hab so gute Rüstung richtig gut Ich hab dich gerade getötet also so Also bei solchen Leuten wie dir denke ich mir einfach immer nur so Puh Headshot Puh Puh Ah Spinnennetz Guck mal wie nur ich du bist Das hab's ich zwar alles geplant Ich wollte dich damit zu mir locken Aha Oh ich seh deinen Namen Ja auch deinen Namen Wo ist denn dein Namen Wo ist denn dein Namen Ja auch deinen Namen In meiner Weg Das mach doch nicht Richtig Ich hab doch nur nen Rotten Flash Okay Ne No No Man Wie Du bist auf einmal weg Einfach weg Auf allem bin ich weg Was Dritte Runde Runde Wurde die Hand Sag Wird das kathasswortet fallen Ich so Scheiße Oh Dani du hast keine Chance Das ist immer wie ich da Aber das mein Das mein ich jetzt ernst Ja Ja Glaubst du Du cheatest Alle die gegen mich gewinn cheaten Mhm mhm oh mann, diese Logik ich mach mir gleich ne Holzschaufeln und dann bist du tot ey ne Eisenschaufeln mal nicht uuuuh der eine hat's, der andere will's ich hörste, die Map ist kacke, die so uuuuh bleib mal stehen nö wir kuscheln nö lass mir mal den Arschlecken Alter, das ist nicht cool von dir iep ach, Spastier alter AAH, wir hatten'n Fall uuuuh ich kann nicht mal reden ha 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 ein blum blum ha 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 waaat äh blum äh blum tust du jaa f*** dich alter nein ich hab'n wort mehr mit dir Aufnahme beendet ich darf doch kein 7-0 kassieren alter so, letzte, eine vorletzte Runde ist am Start oh mann ähm so vernehm mal Concentration ich hab' ja schon gewonnen, aber äh du das ist mein Projekt ich kann die Regeln zu ändern wie ich will, ja du hast doch nicht gewonnen ich kann auch 10 Spiele machen, aber ich gewinne immer das heißt best of 5 best of 10 best of 10 oder best of pest best of 100 wusste nicht gerade was 100 auf englisch heißt, da hab' ich 100 gesagt und nix schon okay cool okay voll interessiert so okay ich hab' eine k u u eine k.u geh weg warum ne so okay letzte Runde ist am start ähm es ist so dass ich es grad die Regeln geändert hab wenn ich danni einmal hint, hab ich automatisch gewonnen cada ja ist gut das sind schöne JASON dann muss w da muss bestimmt was drinnen sein wenn da den nichts drinnen ist uh, du hast verloren, danni Du hast verloren. Ja, hab ich. Ja. Ich muss dich ja nur einmal hitten. Geh weg. Okay. Warum habe ich jetzt ein Lied von Britney Spears im Kopf? Hit me, baby, one more time. Oh Gott. Einfach so wie hinter. Oh, da ist Feuer. Okay. Da warst du schon. Sagst du auf einer Map mit Lava. Da ist Feuer. Das ist ein Unterschied zwischen Feuer und Lava. Ist denn jemand? Nein. Geh mir nicht auf die Eier. Ah! Ich habe mich getroffen. Ich habe gewonnen. Na, 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 na. Okay. Jetzt aber ganz cool. Du schufst mich nicht in die Lava. Oh, oh Junge. Nein, nein, nein. Du schufst, Alter. Geil. Aus, aus, bitte. Nein, ich will nicht mehr.